Musik Ich möchte Freizeit fahren und auch noch Freizeit spielen Ich sehe schon nicht schwer, wegen den ganzen Operation direkt von hier Wenn ich bekannt werden würde, direkt das Verinnerung genannt. Aber da wahrscheinlich, wenn ich überhaupt nur ein paar sehen werden... Ja, ich werd's auf jeden Fall heute angucken, wenn wir die nächste angucken. Ja, ich werd's auch auf jeden Fall gefladen. Oh oh oh, nicht aus. Ich verlinke dir mal oder so... Die Aufnahme fängt dir gut an! Ich komme in eine Runde und werde er erst mal sein! Du musst mal mit dem Maus-Segger was ein bisschen die Icon sehen. Aber ich finde, die sind auch alle der falschen Schuhe, das wirklich toll... Du musst es einfach nur anklicken! Nein, nicht anklicken, nur drüber fahren! Wenn ich draufgehe, dann starte ich einfach neu! Ja, ich sag dir, der ist ein Spindel! Nice! Ja, weil er dann auch zu schön starten kann! Ich muss aber sagen, von jedem ist ein Hund! Wir sind unten! Ähm! Ähm, Ella, Ella, Ella! Reklump! Ella gibt's! Es gibt eine Reklump! Oh, ich bin weiter! Oh Gott! Ich kenne jetzt noch mal aus, Kavera, Ella! Blau ist doch Ella, oder? Ja! Kavera ist auch noch dabei! Es gibt eine Reklump! Okay! Ich hab zwei von dem Chat geschnitten! Ich hab zwei von dem Chat geschnitten! Ja! 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 Was hat er gesagt? Nein! Aber er ist schon deutsch! Ich brauch das, ähm... Ich hab den kleinen Witz drauf gemacht! Ich hab zwei von dem Chat geschnitten! Ja! Ich hab zwei von dem Chat geschnitten! Ja! Ja! Das verstehe ich in Chat bisschen lauter! 5 Alter weißt du was Dominik lass dich rein Ich werd dann nach der Runde noch geschehen Die Aufnahme stoppen und dann haben wir neue Stachel Nice Der ist groß, der liegt unten an der Treppe Die rechte Türe Die Stachel zu meinem Er schießt auf den Dropper auf Ja Komm zünde Krieg runter Ja Das sind Minen oder? Ja Wann? Der wird jetzt auch gleich sterben Einer vom eigenen Druck verbleiben Oh und der hat weggefuscht komm Drei Pills easy Drei Pills easy Dormelken nimmst du eigentlich gerade auf? Joa Alter wo sind die? Unten Immer noch Egal Dann hört es jeder der nicht gerade Einfach Meine Aufnahme Geisse ich glaub die kommen hoch Ist egal Dann kommen die einfach hin Scheiß egal Der hat raus Aufnahme Er schießt Zwei Verkürzen Tate F Resort Witt Fk 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 Ja Nein das war nur ihre Mine Aber sie kann mich jetzt nicht mehr töten Also entweder du droppst oder du gehst die scheiß Treppe oder du knetterst das Runde eigentlich durch. Mann, da ist ein... Mann! Ich hatte einfach... Ich hab den sowieso nicht erwischt. Boah. Ah, nehm ich den jetzt. Hm. Ihr könnt nehmen wie ne wisst, ich hab meinen. Ich werde mit Kawaii irgendwie immer blamieren. Aber ich werde danach nochmal... Ja, du weißt schon, Bakke, ich möchte nochmal... Ja. Oh, hier. Das wäre cool, könnte ich euch einfach so einen Ein-Tages-Zutritt zu dem neuen DLC bringen. Oh, wow. Dann könnte ich... Ich will den neuen neuen Mausen rein ausprobieren. Ich werde dir da schon kurz loslegen. Ich hab' einen Film auf dem Weg. Ab und ich werde auch mal auf dem Weg. Ich hab' einen Film... Wir haben den Film, ich bin bereit. Auf hast du den Weg mit deinen Auslaufen ausprobiert. Wir gehen scheiße los. Ich weiß was ich drin Ich muss jetzt 2 Karten in Richtung meine Sachen zu verziehen Was? Welche Tasten? Ich hab die Drohne der Gegner Ich hab die Drohne der Gegner Ich hab die Drohne gestellt Schreiße Ich werde mal Maus auf zum drücken Ich hab die Drohne der Gegner Ich werde gleich raushauen Warum bist du rausgegangen? Mann hört mir doch zu Ich sag doch mich wirds vielleicht gleich raushauen Warum darfst du denn jetzt? Keine Ahnung Plötzlich ist bei mir richtig Das ganze richtig gestiegen mitten Ja Und warte mal Surprise motherfucker Ja Jetzt muss ich erst mal Surprise motherfucker Haha Wenn nicht der Drohne bleibst Wird man Seinden entdeckt Du bist aufgesucht Aber ich kriege sie Äh wo kriege ich noch die Datei Einstellung Audio Video Ähm Hotkeys Hab ich eingestellt Erweiterung Im gegenüberliegenden Raum von dir Also weg Loll Loll Mann Fucking Wand auf Ey Das kackt mich an Alles klar Ja Dann kann ich jetzt backen Ne Ja Obwohl ich jetzt nicht mehr Glück Sondern einfach Bei mir ist alles abgeschnitten Wenn du dir das Pest halt machst Bestimmt weil du aufnimmst oder Bestimmt weil du aufnimmst oder Ja Ja ich kann es sein dass du Nicht aufnehmen kannst Keine Ahnung Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden Ja 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 Die Wirklich Da sind die ganz schliegen die ganz schliegen die ganz schliegen Jop Noch Bitte 2 2 2 Nein, nein, nein Ähm, fuck Pickhut Jawohl Boah Ne, siehst du auf der andere Ich weiß nicht selbst Das ist auf jeden Fall nicht Fuck Ich glaub wieder Der eine Young, oder? Der eine Young, oder? Auf jeden Fall Woop Warum schießen sie jetzt auf das Fenster, Leute? Ich habe KEIN EEN Ah Na, ich hab keine Fälle Ah 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 Ja, ja, wir schießen einfach mal. Ich kann nicht in den Fussballen, aber wie wird es denn? Wie kann ich in den Fussballen? Okay, jetzt geht er anders. Anders geht er. Anders geht er. Was ist die? Komm her. Fuck! Von wo? Unten. Ja. Können wir die nicht irgendwie erst durch? Komm her. Ich bin mal schon auf die Toilette. Ich wechsle das Magazin. Ach du, da kommt noch. Oh, ja. Ja. Da ist er nicht zu weit. Da bleibt der Operator auf meinem eigenen Fuss. Der Schatz ist nicht mehr weit. Anstatt dass er rein. Er ist nicht mehr weit. Geil Jetzt macht er irgendetwas Wetten, der stirbt nicht gleich Der stirbt Healing Aber Sie haben schon 18... ROkay Bis zum nächsten Mal.